Heute nähe ich ein Sommerkleid, das Kleid Paula. Das ist ein ärmelloses Sommerkleid. Das Schnittmuster ist für elastische Stoffe wie Jersey oder French Terry designed. Das hier ist aus French Terry. Das Kleid ist leicht tailliert und knielang. Die Träger sind hier etwas breiter designed, damit man darunter immer noch bequem einen BH tragen kann, ohne dass die Träger dabei gleich sichtbar werden. Das Kleid Paula ist ein sehr einfaches Kleid und eignet sich perfekt für Nähanfänger. Das Schnittmuster für das Kleid Paula findest du bei uns auf der Webseite und den Link dazu in der Videobeschreibung. Wir haben das Kleid hier einmal einfarbig genäht, aber du kannst es auch wie dieses hier zweifarbig nähen, wenn du das Schnittmuster an der Teilungslinie einfach trennst und in verschiedenfarbigen Stoffen zuschneidest. Als Material nutze ich French Terry aus Viskose. Das ist ein sehr leichter und elastischer Stoff, also perfekt für ein Sommerkleid. Aber besonders wichtig, er ist blickdicht. Außerdem habe ich noch dieses Bündchen, das brauche ich zum Einfassen der Armlöcher und des Halsausschnitts. Wo immer möglich, werde ich mit der Overlock nähen. Wo das nicht geht, nähe ich an der Nähmaschine mit einer 70er Jersey Nadel und dem dreifachen Strettstich. Säumen möchte ich mit einer Covernaht an der Coverstitch. Jetzt schneide ich gemäß dem Schnittmuster zu. Ich gebe dabei 1 cm Nahtzugabe und 2 cm Saumzugabe. Arm- und Halsbündchen schneide ich in einem Bündchenstoff zu und gebe rundherum 1 cm Nahtzugabe. Jetzt wird genäht. Ich beginne mit dem Schließen der Schulternähte. Dafür lege ich Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und schließe hier diese Naht. Ich schließe diese Naht mit der Overlock. Wenn du keine Overlock hast, empfehle ich dir den dreifachen Strettstich an der Nähmaschine. Du kannst mit Zickzack versäubern. Musst du aber nicht, denn so ein Jersey franzt nicht. Ich finde, es sieht in so einem Fall besser aus, nicht zu versäubern. Nach den Schulternähten sind die Seitennähte dran. Auch diese Naht schließe ich wieder mit der Overlock. Dann die Bündchen. Ich schließe alle 3 an den kurzen Seiten mit dem Dreifahrenstrettstich an der Nähmaschine. An der Nähmaschine deshalb, weil eine Overlocknaht hier zu stark aufträgt. Jetzt bereite ich das Halsbündchen vor. Ich falte es zuerst der Länge nach. Dann muss ich es in Viertel einteilen. Mein erster Punkt ist die Naht. Der zweite liegt genau gegenüber davon. Den markiere ich jetzt mit einer Nadel. Anschließend lege ich diese beiden Punkte so übereinander. Die Knickstellen links und rechts sind die beiden übrigen Punkte. Auch die markiere ich mit Nadeln. Auch den Halsausschnitt muss ich in Viertel einteilen. Ich lege hier die Schulternähte aufeinander und markiere die vordere und hintere Mitte jeweils mit einer Nadel. Dann lege ich diese beiden Punkte wieder übereinander und markiere wieder die Knickstellen. Dabei kommen nicht die Schulternähte raus. Diese markierten Punkte liegen leichter vor, da dieses Kleid vorne tiefer ausgeschnitten ist als hinten. So erhalte ich auch hier meine vier Markierungen. Nun wird das Halsbündchen rechts auf rechts aufgesteckt. Das mache ich so herum, dass das Bündchen mit den offenen Kanten in Richtung Halsausschnitt zeigt. Beim Anstecken achte ich darauf, dass die vier markierten Punkte jeweils aufeinandertreffen. Mein bevorzugtes Vorgehen besteht darin, dass ich die Bündchennaht immer nach hinten auf die hintere Mitte mache. Von da aus stecke ich rundherum alle Markierungen aufeinander. Das Halsbündchen ist ja kürzer als der Halsausschnitt und muss dann unter leichtem Zug, also leicht gedehnt, angenäht werden. Also wundere dich nicht, wenn du beim Kleid etwas mehr Stoff hast als beim Bündchen. Das kannst du hier gut sehen und das muss auch genauso sein. Wenn ich es so ziehe, dann liegt alles glatt und ich kann es entspannt nähen. Einfach so weit ziehen, dass der Halsausschnitt glatt liegt und das Bündchen leicht gedehnt ist. Wenn du die vier Ecken markiert hast, stecke den Rest des Bündchens unter Zug gleichmäßig an. Dann nähe ich das Bündchen mit der Overlock an. Hier kannst du sehen, was ich mit dem Ziehen beim Annähen meine. Das sieht vielleicht etwas schwierig aus, aber keine Sorge, wenn du das noch nie gemacht hast. Es ist ganz leicht, probiere es einfach mal aus. So sieht das Halsbündchen dann angenäht aus. Dadurch, dass es etwas kürzer als der Halsausschnitt ist, legt es sich von ganz allein schön nach oben. Die Armbündchen sind nicht so viel kürzer als die Armlöcher. Der Unterschied war beim Halsbündchen viel extremer. Daher markiere ich bei den Armbündchen nur jeweils den Punkt gegenüber der Naht. Ich brauche also pro Bündchen nur zwei Punkte. Beim Armloch selbst ist eine Markierung die Seitennaht an der Achsel, die andere der Knickpunkt oben, wenn es flach liegt. Ich habe das hier schon mal mit einer Nadel markiert. Dieser Punkt liegt auch hier etwas vor der Schulternaht. Das Anstecken mache ich genauso wie beim Halsausschnitt. Das Bündchen wird auf die rechte Seite aufgesteckt. Ich habe es genauso gefaltet wie das Halsbündchen. Dann müssen die zwei markierten Punkte noch aufeinander kommen. Dann einfach rundherum anstecken und genauso wie das Halsbündchen festnähen. Also wieder mit der Overlock und alternativ dem dreifachen Strettstich an der Nähmaschine. So sieht dann auch das fertig aus. Jetzt wird gesäumt. Normalerweise würde ich die Kanten unten erst mit der Overlock versäubern und dann umstecken. Aber bei diesem Kleid mache ich es anders. Ich stecke die 2 cm Saumzugabe hier zuerst um. Dann nähe ich den Saum mit einem Coverstich an meiner Coverlock fest. Aber ich weiß, dass viele von euch keine Coverstich oder Coverlock haben. Wenn du also keine hast, kannst du auch den dreifachen Strettstich an der Nähmaschine nehmen. Dann noch mit der Overlock versäubern oder eben auch nicht versäubern. Alternativ kannst du den Saum auch mit der Zwillingsnadel an der Nähmaschine nähen. Sowas habe ich früher auch oft gemacht und das klappt auch immer super und sieht sehr gut aus. Der Nachteil sowohl bei der Zwillingsnadel als auch bei der Covernaht ist, dass die Naht etwas weniger robust ist als mit dem dreifachen Strettstich an der Nähmaschine. Aber ich habe mich heute auch deshalb für die Covernaht entschieden, weil ich für die Nähmaschine keinen farblich gut passenden Faden da hatte. Außerdem zeigen wir die Coverlock sonst auch nur ganz selten in Aktion. Nachdem ich mit der Covernaht fertig bin, schneide ich die Überstände noch mit einer Applikationsschere zurück. So komme ich ganz dicht an die Naht, ohne sie zu gefährden. Und am Ende sieht es auch richtig professionell aus. Damit ist mein Saum auch schon fertig und ich kann das Kleid Paula anziehen. Es ist ein super bequemes Kleid für den Sommer, besonders wenn es wieder richtig heiß wird. Wenn du nur mehr einfache Nähprojekte von uns sehen willst, dann schau mal hier und hier. Wenn du die Paula gerne nachnähen willst, findest du das Schnittmuster bei uns auf der Webseite in unserem Schnittmuster-Shop. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir haben viele weitere tolle Produkte, die sich im Sommer gut machen und für Anfänger perfekt geeignet sind. Darunter findest du sicher einiges, von dem du bisher nicht wusstest, dass du es unbedingt brauchst. Viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!